. Schön, dass jetzt gefragt wird, aber ja. Äh, ja, ja, ich bin dran. Ich auch. Bereich sichern, das mag ich. Ja, das ist geil, verteidigen. Easy peasy lemon. Squeezy. So nehm ich Mewd? Wo die ganzen Drogen überspringen? Weiß ich, ne. Hast du, hast du diesen Tach, Tach, Tachanka? Ne, der ist schon genommen. Der wurde schon gewildet. Tachanka ist natürlich auch geil, ne, mit dem MG. Ist der echt so gut? Ich finde, das ist so ziemlich die schlechteste Klasse, oder? Echt jetzt? Ich finde den auch kacke. Du stellst dich doch nicht mitten in den Raum, wenn du verteidigen musst, weißt du, und ballerst da rum, du wirst doch total schnell abgeschossen. Wenn du in einem Ding stehst. Ne, in eine safe Ecke oder so, weißt du? Oder hält der besonders viel krass aus? Der hat, glaube ich, auch gute Rüstung, ja. Hm. Und ein P90, die ist egal. Ach, der hat auch die P90? Ja, der hat auch die P90. Gibt's echt eine Klasse mit der AK, offensichtlich? Oh. Ach, von der anderen. Salad Ass. Mhm. Bitte was? Achso. Salatarsch hat verlassen. Salatarsch. Guten Tag, Salatarsch. Wie geht's Ihnen? Hm. Oh Mann, ihr, äh, alles klar. Hä? Alles gut. Oh Gott. Ich war grad Flamen, aber alles gut. Nicht Flamen, Rico. Ah. Achso, wir sind in der Beteiligung. Hm. So. Dann wollen wir mal ein bisschen Stacheldratus platziros. Wo war ich? Der letzte? Ich war glaub hier letztes Mal mit der Ruko. Aua. What the fuck? Warten. Hat sich dein Team mit angeschossen? Jaja. Oh. Mein Aim. Dein Aim. Alles gleich nehmen wir nicht auf. Nicht. Mein Aim. Ob ich die zwei Drohnen nicht treffe? War die letztes Mal hier drin? Ich weiß es nicht mehr. Doch, glaub schon. Äh, wo ist die Bombenwachter? Ja, keine Ahnung. Soll ich die Außenkamera gehen? Ich mach das auch mal. Ja. Mach ich sehr gerne irgendwie. Lol, der steht da. Ich hör die Snaps. Ich hab markiert. Von da aus kommen sie. Alles klar. Oh nice, Alter. Ich versteck mich auf der Waschmaschine. Äh. Äh. Was? Äh. Lol. Haha. Das ist jetzt ein Team-Game oder was? Alles klar. Das rushen. Das ist jetzt... Also das Spiel übertreten. Okay, wenigstens kommen wieder ein paar hinzu. Ja gut, dann lass den letzten halt rushen oder so, ne? Ja, muss ich auch sein. Ja, lass den rushen. Ich mach die Tür zu. Ja, lass den rushen. Ich mach die Tür zu. Haha. Nice. No gut. Lol. Haha. Warum mutig? Ja, wollte ich kurz sagen. Muss immer ein bisschen riskieren, ja, ne? Mhm. Oh, Ashy am Start. Ashy. One and one, also. Dadger und Fuse. Wir haben kein... Haben wir da geeiseln? Ne. Ne, ne. Wir müssen den Bereich sichern. Oder? Ne, hä? Ne, das ist Fuse. Ich dachte, Bombe entschärfen. Ne, entschärfen nicht. Das ist ja da mit A und B Spot. Bereich sichern. Es war auch ne Bombe, aber nur eine und wir müssen nur in den Bereich stehen. Ach so. Wir müssen keinen Koffer da hinlegen. So, dann let's go. Hauptrettungsphase in diesem Sinne. Das Ziel finden. Ich folge Richo. Stopp. Das Ziel gefunden. Ich folge Luzi. Oh, hier ist ein Jammer irgendwo. Da ist ein Gegner. Ja. Ja, ja. Gut getan. Biohazard Container located. Ist ja klar jetzt wo die sind, ne? Dann bin ich nicht. Müssen wir jetzt nicht hier noch... In den Jammer reingefahren. Was? Scheiße. Oh, ich hab ne gute Posi, Alter. Habt ihr die Bombe schon gefunden? Ich hab ne mehr. Eine? Hattest du gefunden? Ich glaub, ja. Machst du, markier mal. Mega geile Posi gerade. Ja, die ist, äh... Ja. Das ist nämlich keiner, ne? Ja, dann können wir die Wand da aufbauen. Noll. So, wir gehen nach vorn. Einfach ein, oder? Wo sind die Klaas? Warte, da ist ne Kamera. Zehn Punkte incoming. Nice, Richo, Alter. Du bist so der Pro geworden, ne? Hammer. Das ist unfassbar, ey. Du bist ein guter Nudelstern. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Oh, hä? Wo ist denn jetzt hier anbrechen wieder? Weiß nicht, wie ist das denn? Ich wurde entdeckt? Ja. Hab, hab, hab. Alles klar. Es ist eine. Ne. Es ist eine. Ihr könnt ein Gegner sein, Richo. Was auch? Ja, da ist ne, ähm... Nubi-Tri... Alles klar, ich hab sie. Okay. Warte. Fahr mal rein. Ach, da war auch meine Drohne da oben, okay. Ich guck mal, ob oben einer ist. Ja. Dann könnt ihr sonst reingehen. Ihr könnt reingehen. Ja. Der Raum ist clear. Da unten runter. Genau. Genau hier mach ich auf. Geradeaus ist auch keiner. Oh, hier ist ein Störsender. Ich mach auf. In der Maaschiraum ist auch keil'n. In de... in der Dusche auch n'n. Oly Moly. Ratadadaya- Ratatadadata Hast du dir nen Dings kaputt gemacht schon, den Störte, ne? Was? Wo war der denn? Der noch vor dir, vor dir! Komm raus! Jo, ich тысяч. Ja! Was? Der ist wieder drin, der ist wieder drin, der ist wieder drin. Ich hab noch 20 lending. Hab einen. Ich markiere nur einen? Ach, du hast da ein Loch reingemacht. Ja. Es checkt das erst. Hinter der Couch. Hast du den drin? Nee, noch nicht. Ich hab einen verletzt. Neu. Alles klar. Ist noch einer links? Ist der tot links? In der Ecke. Den seh ich nicht mehr. Einer ist geradezu. Da geradezu ist tot. Alle tot, alle tot, oder? Einer lebt noch, einer lebt noch. Der wurde noch nicht gesichtet, der kann überall sein. Der ist da vorne? Markiert? Warte, nee, kann ich, schaffe ich nicht. Doch da. Das kann... Nee. Hab, hab, hab. Hab und Snapper. Ach. Warten Stress. Holy moly. Ja, nice. Yes, nice. Das war ein nice round hier. Alter Finna. Das gefällt mir, das war geil. Wie ich halt über die Tür ziehen brauche und verkack's trotzdem, dass die Leute rein können. Ich hab sogar einen mit der Raketenwerfer geholt hier, ne? Echt? Der Raketenwerfer? Der RPG, oder was? Ja, der RPG von Ash, oder? Nice fucking round. Lol. Hey, guys. Hamir, Hamir. Was ein nice round. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. 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 Hoi, hoi. Ey. 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 Können die von der anderen Seite auch kommen? Ach, da ist eine Treppe. Ja, klar. Können die von da kommen. Ich könnte von überall kommen, ja. Wo war noch mal meine Pose? Ich vergesse das immer hier. Äh. Weiß ich nicht. Der mag, ähm. So, ich hab, äh, Spritze. Oh, hier ist geil. Oder? Ne, ist nicht geil. Ja, ich mach hier oben richtig dicht. Ich wurde entdeckt. Ist mir aber egal. Wo wurdest du entdeckt? Ja. Beim Oben Schoss. Ach, ich kann, hä? Ach, F drücken. Oh. So. Ich baue auch ein Schild. Naja, aber nicht zu nahe setzen, sonst haben wir ein Problem dann. Ich weiß noch nicht, wo ich das Schild setzen soll. Kann ich ja auch nicht sagen. Kann jemand durch die Kamera gucken? Ich muss noch so ne Jammer gehen. Ja, ja. Oh, die eine ist schon kaputt. Fuck. Da, da ist einer markiert, markiert. Kommt die da alle? Ne, einer. Zwei, zwei. Drei. 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 Drei hab ich gesehen. Drei. Drei, guys. Drei Stück. Ansonsten... Hab ich die Rüstung auch vergessen, an dieser Stelle zu nehmen? An dieser Stelle würde ich sagen, bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Also... Ich hatte hier keine Drohnen. Okay, das wäre ein bisschen okay. Das wäre ein bisschen okay. Kann ich das hier hinstellen? Nein. Äh. Gott sei Dank, bin ich jetzt gestorben oder was? Ne, einer von uns. Oh fuck, die kommen dann von dem Raum da, ne? Scheiße. A4 found the Biohazard Container. Die verhindern das hier von... Wie denn? Granate, granate, granate. Alter, Finne. Kann ich hier aufklärt haben? Das ist jetzt nicht... Das ging doch grad. Äh, Leute, ich hab äh... Ja, ich kann nicht rum. Ne, ich weiß doch nicht. So, ich hab mal mit nem Kollegen schnell. Wo waren die denn? Die wissen in einem Raum drin, ne? Wo die, wo die, äh... Die sichern das Zielen, ne? Jo. Verreck, verreck, verreck! Oh Gott. Komm schon! Ja, das sind zwei Schildtypen. Da können wir keine Fettstilten. Hä? Oh, ich hab das nicht gescheckt, dass die das doch einnehmen. Hä? Ich hab mich doch gewundert, warum es sind... Oh. Was war jetzt nicht klapp? Das, äh, war... Scheiße. Ja, kann passier, ey. Ganz ehrlich, alle zwei Schildtypen vor mir, ey. Direkt einpacken. Egal, da kommt 2-1 hier, oder was? Matchball. Ja, stimmt. Easy Pay, say. Matchball. Lemon Square, say. Matchball, Matchball. 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 Ist der Ball-Matschig? Witzgerissen. Wieso? Ponsi. Witzgerissen. Fantastik. Ach so. Das hat der Guido nicht gefallen. Das hat der Guido... Ne. Ist unten was, Luzi? Ne. Ne, 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 ne. Das ist nix. Die sind wahrscheinlich oben, oder... Ja, wahrscheinlich sind sie oben einfach. Hab sie, hab sie, hab sie. Ah! Hab sie gefunden. Well done. Einmal. Hier sind sie alle. Hier sind sie alle. Hallo. Oh, da ist auch einer. Da sind sie alle. Oh, da ist auch einer. Oh, fuck. Die schießen durch die Wände. Riko! Oh! 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 Zack! Oh, mein Movement ist einfach nur... Sieh mich nicht! Sieh mich nicht! Oh! Die Lücke! Wie die hier reinfahren! Scheiße! Ich bin unter dem einen... Oh, lol. Ich hab mich ein bisschen... Positioniert. Mal sehen, ob ich hier noch zu sehen bin. Ich hab sie noch bekommen, Alter. Ich stehe unter dem Schrank irgendwo. Ist doch geil. Warte, hier war doch ne Cam irgendwo, ne? Was? Ähm... Weiß ich nicht. Ja, da. Ich seh die nie. Dude. Du, ne Krähe? Krack, krack! Wir wollen mal Ärsche versohlen. Krack, krack! Krack, krack! Krack! Das ist ne Ente. Krack, krack! Ne, ne ganz. Also ne ganz, ja. Da oben ist noch ne Kamera. Guck, du Garage, ich versteh die Dai. Yes. Was? Wollen wir hier rein, oder was? Ja. Oh, ist offen. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Absolut. Die Cam. Super! Ihr könnt da mal rein in den ersten Raum. Ah, ist klar. Ist ihr safe? Der erste Raum schon, ja. Der zweite wahrscheinlich nicht mehr. Der zweite nicht mehr, ne? Ist alles vermint, für, für, weiß ich nicht. Ach, da. Ich hab ne Flashback, äh, ne Flash. Wenn ich die mal schmeißen soll. Ist das so ein Störsender, wenn mich bis den Arm kotzt? Hast du's kaputt gemacht? Markier einen. Ah, da drinnen. Oh, die hat meine Kamera kaputt gemacht. Das ist aber... Auf der rechten Seite sind die alle. Ja, wahrscheinlich alle da. Da hab ich ne Idee, da hab ich ne Idee. Ah ne, doch nicht. Scheiß Idee. Oh Gott, der sprengt die Tür. Soll ich mal rein fuse? Dann soll ich rein dingsen? Nein, ich hätte doch. Ich hätte doch. Fung, 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 fung. Oh, ich wusste nicht, das hier liegt. Das ist das leichte Spiel. Alter Vater. Hä? Das ist der Stur, wo wir schon sind. Leute. Lol. Wieso bekomm ich Hit? Wo ist der? Der wahrscheinlich in der Ecke war der. Ja, in der Ecke war der. Ah, rechts. Lol. Ich hab ne Idee, Achtung. What the fuck? Toll. Oh Gott. Oh Gott. What the fuck? Ey, wie ich einfach, äh, keinen richtig gesehen hab jetzt. Alter, Alter, Alter. Matchball, Verlängerung hier, oder was? In die Verlängerungsphase. In die Verlängerungsphase. Hier einfach mal mit Tashanka. Natürlich Mute hier von Rico genommen, ja. Ins Optionsmenü, um die Anzeige mal ein bisschen heller zu stellen. Wo geht das? Ne, hier geht das gar nicht. Ähm. Ähm. Hm, 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 hm. Ähm. Kalibrierung, ne. Doch, Kalibrierung der Bestimmfähigkeit. Rüstung. So, das kann ja wohl nicht so schwer sein hier jetzt. Oh, der Raum ist relativ einfach zu verteidigen. Ich war letztes Mal, glaub, oben mit, mit jemandem. Ich weiß nicht mehr wer. Lol. Die sind halt schon drin, ne. Ich war im Optionsmenü. Ja. Ähm, Leute? Ja. Ja. Ähm, wir sind, wir, wir, äh, 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 äh. Wo ist denn jetzt die Bomber? Ach, bei uns? Äh, hä? No Orientation. Ach, da. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt, aha. Ich auch. Einer hab ich. 50, 50. So, da wollen wir ein. Cam? Let them come. Ah, die andere Cam ist schon kaputt, äh. Hm. Ohhhh. 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 Haha. Super geil. Links neben dir, Lucy. Nice, 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 nice. Boah. Sehr gut gemacht. Ich wusste gar nicht, dass man da rausschießen kann. Äh, ich... Erst auch nicht. Wie hast du den denn gesehen? Hättest du so vor dem Fenster dann geeiert. Was ist das? Ups. Untergefallen. Äh. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Was ist das? Alter. What the fuck? Hurry, go, my friend. Oh, no. What the fuck? Den haben wir geteilt, glaub. Warte, ich... Ich versuch den 1... ...wiederzuleben. Nein! Mein... Wo? Hä? Boah. Naja. Dann... Ohohohoho. Wieder niedergeschossen wurde, alter. Mega massakriert, Alter. Mega massakriert, Alter. Sooo. Das war jetzt ein Sieg, oder was? Das war jetzt ein Sieg. Dann würd ich mal sagen. Ja. Applaus, Applaus. Uh. Juhuu. 273 Öcken. Gott. Not bad, not bad. So, ich bin aber raus? Ja, ich auch. Rausschki. Rausschki. Kartuschki. .... ... ...